Spieluhr. In der Dose. Dosen-Spieluhr. Nein, mein Highlight mache ich zum Schluss. Einfach... Der asiatische Touch. Der Hasentouch. Und... Für Vogel-Liebhaber. Aber jetzt kommt... Endlich eine Dosen-Spieluhr für Jungs. Ich mache nochmal zu. Und... Wah! Mein Held. Endlich eine Spieluhr für Jungs. Von? Alle Spieluhr sind von Checo. Ich will nicht schon wieder sagen, kaufen. Aber ich meins eigentlich so.